Ah, ok, dann fängt es an, super. Äh, Subcall wieder ausblenden. Und wir haben jetzt Elf Minuten gut gemacht. Zweiunddreißig Minuten, oh, nice. Alright, hallo? Ah, haha, there we are. Hello everybody, good morning. Friday morning. We are here with Magic Trick. And I am joined by my friends, Bullets. Hi again. Amberlynn. Hello again. And Jellick Knight. Hello again. Alright, so, uh, we're just gonna get into this right away. So, countdown on time. Three, two, one, go. Alright, so... Und los geht es. Willkommen zu einem wunderbar chilligen Game. Ähm... Ja, WizKid muss nach Hause kommen, eh es zu spät ist. Und wir skippen gleich das Tutorial. Und trotzdem kriegen wir da für einen Sticker. Und die Kategorie we're running is all Stickers. So, we'll be helping out just about everybody on the island in some fashion or some way. And, yeah. Helping is also a loose term for what we do for some of these people. I mean, kind of like throw ourselves at a tree and gun a child. It's no big deal. Yeah. But here is Tony the Hawk. And we already know everything we can know about this dialogue. And we get a sticker already. And we get a sticker already. This is a skateboarding game. Danach reden wir mit, äh, Delia. They're technically magic spells. Oop. They're technically magic spells, that we do on the road. Uh, Delia. They're technically magic spells, that we do on the road. Uh, we know all of the spells already. They're already in settings. They're already in settings. They're already in settings. But BigLog being the pro gamer that he is, has played this game already. So. Und jetzt müssen wir mit den Tauben sprechen. 15 Stück gibt es insgesamt. Ähm. Ja. Und immer wieder die Kombos durchführen. Und wir lernen die Spells, die wir im Prinzip schon haben. Oh. Ja. Entschuldigung. Also da ist das Spiel nicht so ganz in Ordnung programmiert worden. So, retten ein Kind vom Baum. Wir lehnen ab, dass es mit uns zurückfährt. Okay, Boomer. Noch ein paar mehr Tauben und dann nähern wir uns langsam der dritten Insel. Oh. 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 Aber dann hier... Äh... Die Tauben hat es verkackt, aber es war auch ein Weltrekord especial. Nice soumacht. Wow. Ganz gut. abnormal daz fit. als Leert, die wir eigentlich schon links können. Und danach geht es zu Rodney the Rabbit. Rodney, dem Hasen. Um ein kleines Rennen sich zu liefern. So, einmal kurz im Block. Also, Tauben, Delia, Rodney. Die Pigeon-Frienden, die wir in dieser Rennung treffen müssen. Ich habe diesen letzten Konverter bekommen. Wenn ihr eine Redonation möchtet, wäre das excellent. Wir haben bestimmt viel Liebe für dich, Big Law. Cadill donatet 50 Dollar, sagt, das Spiel ist noch absolut wild für mich. Both der Renn und das Spiel selbst. Und sie sind auch in ihrer Redonation mit einem Happy Birthday, Big Law. Happy Birthday, Big Law. Er hat gelandet. Aber er muss hoch, weil da ist noch mehr Taube. Nächste Zaube. Drei sind rüber. Drei Tauben. So, Delia. Wir lernen die Sprüche, die wir nicht verbrauchen, weil wir haben sie ja schon. Ja, das fühlt sich gut. Daring Gash. So, this is why Feel the Slide is so difficult. You have to do a 180 Spin. But Daring Gash works on the direction Wizkid is facing and not the direction that you're construed, that your camera is facing. Also, shoutout to Ray. Shoutout to Ray. Shoutout to Ray. Und damit geht es zu dem Hasen. Let's race. Meine Wärme, wir haben ein Skatepot und lauter magische Sprüche. Was ist uns ein wenig erleichtert, so durch die Gegend zu äh, daschen. Reden mit Blueberry. die möchte, dass wir eine Nachricht zu ihrer Frau bringen. Und da sind noch ein paar Welpen, die halt, äh, ein bisschen Spraypainting machen wollen. Da sind die Welpen, die kleinen Hunde und auch wir lernen jetzt die magische Kräfte des Spraypaintings. Und damit geht es jetzt, äh, äh, wir haben jetzt gespraypaintet, wir haben die Nachricht jetzt abgeliefert und müssen jetzt, äh, grinden, um die übergebleibene Lasagne aufwärmen. Die halt Marmelada noch hat. Reden mit den Waschbären. Auch da wieder Spraypainting. Und damit müssen wir uns noch um die restlichen Tauben kümmern. Sprechen noch ein letztes Mal mit Delia. Zeigen ihr unseren Lieblingsspell. Und damit ist es dann gleich Time. Eine letzte Quest. Delia. Delia das zeigt. Und den letzten Sticker. Wir gehen nach Hause. Bright flag for everybody. Eine Party wird geschmissen und das war Magic Trick. Ein bisschen Dialog hier. Und .